Ist an sich selbst Fußballspielen eine Notwendigkeit? Ist das Fußballspielen, ist das eine Arbeit? Und diese Arbeit, auf welcher Basis basiert sich diese Arbeit, wenn das Arbeit wäre? Woher bekommen die Fußballer ihren Lohn? Von welchen? Und was machen die Fußballer, wenn sie alle spielen, um etwas zu gewinnen am Ende? Und wer zahlt? Was ist dieses System? Da sollte man das prüfen erstmal. Zweitens, ist das eine Notwendigkeit, wenn man sagt, ich bin Fußballer, dass man nicht fastet. Die Sahaba haben im Ramadan im Sommer in der Wüste gekämpft und die haben gefastet. Und die spielen Fußball. Und ihr braucht ja nicht zu fasten.